Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Pinkbox. Aber hey, das ist eine ganz besondere, denn das ist die Geburtstagsedition. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox ist eine der ältesten Beautyboxen, würde ich mal so sagen, auf dem deutschen Markt. Die kostet ab 13,45 Euro pro Box. Normalerweise haben wir drin enthalten, 5 Beautyprodukte und ein Goodie. Das ist dann manchmal so was zu trinken oder was zu essen. Und ja, das ist die 10-Tage-Geburtstagsedition. Da wird wohl wahrscheinlich ziemlich viel krasses Zeug drin sein. Ich habe die jetzt in der Kooperation kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Pinkboxen-Team. Und das ist eine riesige Box. Die Pinkbox ist ja an sich schon größer geworden. Aber die ist jetzt nochmal ein Stückchen größer. Also ich finde es geil. Ich habe da richtig Bock drauf und ich würde sagen, wir gucken doch einfach mal rein, was die da so zu bieten hat. Im Deckel steht jetzt soweit nichts mehr drin. Mal gucken, ob wir einen Duft oder sowas mit dabei haben. Nö, das riecht nach Papier. Hier steht auch Birthday drauf. Also wieder, ne, nö, nö, nö. Das gleiche, was auch vorne drauf steht. Machen wir den Klebinat auf. Das ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Richtig. Und dann haben wir hier einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das gucken wir uns gleich mal gemeinsam an. Dann haben wir hier noch so ein Gutschein-Heftchen mit dabei. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Und ich sehe schon pinke Sachen. Geilomat. Okay, in der Pinkbox haben wir Beauty-Produkte halt drin. Das heißt, sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik. Die sind preislich immer so ein bisschen günstiger. Die Produkte dafür halt größer. Also Full Size ist eher als Probegrößen und eher Drogerieartikel als irgendwelche Luxusmarken. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Okay, das ist hier so, ne. Und dann schauen wir uns mal das Heftchen an. Wow. Dieses Mal hat die Pinkbox ziemlich viel zu erzählen. Und ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht einfach vorlesen würde, ne. Aber ich nehme mir vorher einen Schluck Tee. Es ist Kräutertee, Leute. Yay. Yay, ich sag's euch. Aber es muss sein. Es muss sein. So. Hey, Sweetheart. Lange haben wir es herbeigesehen und nun ist es soweit. Die Pinkbox wird zehn Jahre alt. Oh, yes. Gemeinsam blicken wir zurück auf. 120 verschiedene Pinkboxen. Mehr als 1,35 Millionen versendete Pakete. Wow. Ähm. 1.923 Beauty-Produkte. 112 Zeitschriften. 5.650 Pink-Tickets. Wow. Zwei Adventskalender und 263.308 Kundinnen in den letzten zehn Jahren. Wow. Wut ab, Leute. Es macht mich stolz, den Geburtstag der süßesten Versuchung im Beauty-Boxenhimmel gemeinsam mit dir und unserer Tens Birthday Edition feiern zu dürfen. Deswegen gibt es die Pinkbox nicht nur zum ersten Mal zu ihrem Geburtstag in einem besonderen Special-Boxen-Design, sondern auch mit sage und schreibe zehn angesagten, super süßen Beauty-Produkten. Ja, du hast richtig gelesen. Dich erwartet für jedes Pinkbox-Jahr ein liebevoll ausgewähltes Produkt. Oh, richtig, richtig geil. Also bei den Boxen kriegst du halt immer im Prinzip als Abonnenten was geschenkt, ne? Wenn die Geburtstag haben und nicht umgekehrt. Das ist sehr interessant. Ah, krass. Du darfst dich freuen auf eines meiner vergoldeten Lieblings-Schmuckstücke von Six. Bei der Auswahl war mir wichtig, dass jedes Teil für sich einen kleinen Hingucker gibt, es aber nicht zu pompös und für jeden tragbar ist. Ob Kette oder Armband, ein goldenes Highlight verpasst du deinem... Verpasst du deinem... Hä? Ein goldenes Highlight verpasst du deinem Geburtstagsaustfit damit in jedem Fall. Und wenn du sonst kein Gold trägst, dann machen wir den heutigen Tag zu deinem ganz besonderen Anlass dafür. Yes, girl. Oh je. Okay, hier ist auf jeden Fall super viel Spoiler-Gedönsten. Das wollen wir noch gar nicht vorlesen hier. Und zehn Minuten weiter, bis dir eh was drin ist, ne? Egal. Und jetzt lass alles stehen und liegen. Wirf Konverti in die Luft und wickle dich in Luftschlangen ein und make your life a little sweeter. Mach dein Leben ein bisschen sweeter, ein bisschen süßer. Mit deiner Pinkbox. We Love, äh, With Love, Sarah vom Pinkbox-Team. Brand und Product Managerin Pinkbox. Okay, cool. Liebe Grüße, Sarah. Ich bin gespannt. Oh, guck mal. Die haben das hier auch ein bisschen anders vom Design her gemacht. Also sonst war das... Also auch das Heftchen hat ein anderes Design bekommen. Äh, ja. Hier sind so ein paar Werbungsgeschichten noch mit dabei, ne? Genau. Und Minimalist oder Make-Up-Junkie? Welcher Beauty-Typ bist du? Ohne die Umfrage gemacht zu haben. Make-Up-Junkie. Safe, kann ich leider nichts anderes von mir behaupten, ne? Das ist wie es ist. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Wir wurden ja schon ein kleines bisschen gespoilert. Ähm, das hier ist natürlich richtig cool. Let's do what we love and do a lot of it. Okay, von Wonder Candle. Das ist so ein Herzchen. Und, äh, das ist wie so eine Wunderkerze. Das kannst du auf eine Kerze draufmachen, auf eine Kerze draufmachen, auf einen Kuchen draufmachen oder, ne? Sonst irgendwie. Oder festhalten einfach. Finde ich klasse. Ähm, ja. So, vielleicht werde ich demnächst mal einen Anlass haben, das anzumachen, Leute. Im Mai werde ich euch noch ein kleines Geheimnis lüften. Und, äh, vielleicht kommt das dann tatsächlich auch zum Einsatz. Mal gucken. Ja. Äh, cool. Ist schon mal ein schönes erstes Produkt. Ist jetzt, für mich jetzt eher das Goodie, würde ich sagen, ne? Dann habe ich hier ein Lipgloss drin enthalten. Und zwar richtig schön von Essence Extreme Shine Volume Lipgloss. Und ich habe hier die Farbe 201 Magic Match. Das ist ein wirklich tragbarer Rosé-Ton, ne? Also, das ist ein schöner Ton. Ich bin ein bisschen aus der Pustet. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Wirklich nicht. Es ist ja krass, ne? Finde ich aber richtig, richtig cool. Und, äh, ja. Passt auch mit diesem ganzen Rosa, ne? So Pinkbox und so. Ich mag gerne diese, ähm, ja, Essence Extreme Shine Geschichten, weil die sehr, sehr tragbar und sehr haltbar sind. Und das sind nicht solche Dinge, die so Fäden ziehen oder so. Also, die ist, ja, das passt schon ganz gut. Finde ich schön. Dann haben wir hier eine Badebombe mit drin enthalten. Ich habe jetzt leider keine Badebombe, deswegen wandert das weiter. Äh, Flamingo Paradise Treats Bubble Bath Fun. Okay. Oh. Oh, die riecht gut. Die riecht schön blumig. Oh, richtig gut. Wonach riechst du? Hm. Auf jeden Fall richtig gut. Tinti. WMW. Ach so. Tinti. Das kriegst du auch in der Drogerie. Ein Riesen-Oschi, ne? Kann man nicht anders sagen. Das ist natürlich cool. Ich würde mich da hart drüber freuen. Wenn ich eine Badewanne hätte. Und für den Fußball ist das ein bisschen zu groß. Ein bisschen überdimensioniert. Dann hast du gefühlt den Schaum bis zu den Knien und nur die Füße im Wasser. Das ist halt ein bisschen verrückt. Und ja, deswegen. Aber das findet auf jeden Fall sein Zuhause. Ich finde sowas eigentlich ganz schön. Aber wonach riechst du? So süß-floral hat irgendwie was von einem Bilou-Badeschaum, würde ich sagen. Oder Duschschaum. An irgendwas aus meiner Kindheit erinnert mich auch dieser süße Duft. Ich muss mal eben kurz... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal hat man so Düfte und dann will man unbedingt wissen, was genau das ist. Ähm, sommerlicher Ausflug für die Sinne gefällig. Dann nimm dir eine entspannende Auszeit mit der Treats-Badekugel. Sie erfüllt die Badewanne dank fruchtigem Himbeer-Mango-Duft und tropischem Flair und karibischer Leichtigkeit. Hm. Dabei sprudelt die Badekugel extra lang, färbt das Wasser intensiv mit einem super süßen Pink. Ergibt einen wunderbar leichten Schaum. Fühle dich wie auf einer spritzigen Strandparty. Gute Laune und Sommerfeeling garantiert. Nee, das riecht irgendwie eher nach einem Parfum, was ich glaube eine Babysitterin von mir oder so mal drauf hatte. Ich weiß nicht. Ich assoziiere das auf jeden Fall mit was super, super Positiven. Oh, schade Schokolade. Das als Duschgel. Ne, hab ich gefeiert. Aber wir haben was anderes als Duschgel. Und zwar von Miro Magic Fun. Das hatte ich oder habe ich sogar noch als Parfum. Perfume Bath & Shower Gel. Und hier sind 250ml drin enthalten. Ja, wenn das so riecht wie das Parfum, dann ist das ein total guter Duft. Jetzt habe ich da Lipgloss drauf. Ja, mag ich eigentlich gerne so parfümierte Duschgele, ne? Mag ich. Schöner Duft. Oh, ja, sinnlich-waldlich geil. Ja, das zeigt wieder, dass die Box halt nicht nur für junge Mädchen gemacht ist, sondern, jetzt läuft mein Freund von meinem Fenster her, sondern auch für erwachsene Frauen, weil das ist tatsächlich ein Duft, den ich eher einer erwachsenen Frau riechen würde, ne? Geil. Mag ich. Richtig gerne leiden. Nagellack, den ich entweder schon habe oder mal hatte. Von Catrice. More than Nude. Nail Polish. Rich Filling. Also quasi rillenfüllend ist das. Ja. 16 Hopelessly Romantic. Also hoffnungslos romantisch. Das ist eine extrem schöne, tragbare Farbe, die du auch gegebenenfalls als Topper verwenden kannst. Über zum Beispiel einem knalligen Ton, ne? Du kannst es drüber machen. Um da halt so ein Shift, so ein pearly Shift noch mit drauf zu bringen. Ja gut, das war jetzt eine blöde. Hier auf so einem Rot zum Beispiel kannst du es machen, ne? Für mich persönlich ist es zu nudig, weil ich mag es halt bunt, ne? Ja, aber die Catrice Nagellacke sind toll. Die haben eine gute Haltbarkeit, einen schönen Applikator und die sind wirklich klasse. Aber wie gesagt, für mich da ein bisschen zu dezent. Jetzt kommen wir mal zu diesem Six-Schmuckstück, was angeteasert worden ist. Und zwar habe ich hier, ich weiß nicht, ist das eine Kette? Muss ich mal auspacken, nur. Das ist halt in so Luftpolsterfolie noch eingepackt. Ne, ich glaube, das ist ein Armband. Ne, 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 das ist ein Armband. Okay, ja, ist auch hier abgebildet. Ähm, Skin-Friendly, Waterproof. Das ist auch interessant. 24-7 könntest du das theoretisch tragen. Rostfreier Stahl. Gold plattiert ist das. Schaut so aus. Ja, ist jetzt nicht unbedingt meine Welt, ne? Also ich, ähm, trage nicht wirklich Armbänder. Ne, das seht ihr super selten an mir, dass ich an meinen Armen irgendwas trage. Weil mir das auf den Keks geht. Und, ähm, ja, deswegen wird das weiterverhandeln. Ist aber nicht schlimm, finde ich. Weil ich glaube, dass es genug geben würde, die sich da wirklich drüber freuen. Also von daher, an und für sich ist es in der Pinkbox gut aufgehoben. Aber trifft halt nicht meinen Geschmack. Aber das muss es ja nicht. Ähm, dann habe ich hier noch eine Maske drin enthalten von Luvos Heilerde. Beziehungsweise, das ist so ein, äh, Duo-cooles Teil. Lifting Booster, Zwei-Phasen-Pflege. Erst hast du eine Clean-Maske und dann hast du einen Lifting Booster. Den du dann wie so ein Serum drüber geben kannst. Äh, ja, ein veganes Produkt. Und, ähm, sowas finde ich auch ganz nice. Wenn du halt so ein Kombi-Produkt hast. Weil da sind eigentlich die Produkte dann aufeinander abgestimmt. Sodass man die wirklich dann erst rein, nachdem man das verwendet hat, ähm, das eine verwendet hat, das nächste verwenden kann. Und, ähm, da hast du erst eine intensive Tiefenreinigung. Mit Heilerde. Gut, dafür ist Luvos ja bekannt. Ideale Vorbereitung für den Booster. Und, äh, der Booster strafft nachweislich Fältchen und Konturen. Für einen sofortigen Glättungseffekt lässt das Hautbild jünger aussehen. Ne? Wird ausprobiert. Warum nicht? So. Zehn Produkte. Das ist echt, also, ein geiles Unboxing, muss ich sagen. Sonst hast du halt ungefähr die Hälfte, ne? Ähm, hier haben wir was für die Haare, glaube ich, mit dabei. Von Puffin Beauty. Okay, Heat Protection and Memory Balm. Äh, Hitzeschutzcreme mit Memory Effect. Da sind 30ml drin. Das ist dann wahrscheinlich, dass du, äh, dir die Haarcreme so reinmachst. Und dann, keine Ahnung, wenn du dir dann Locken machst, dass die Haare sich daran erinnern, dass sie dann wieder in die Lockenform zurückgehen. Wenn du dann irgendwie so leicht knetest, dass es dann wieder Boing macht. Keine Ahnung. Würde ich mir so wünschen bei einem Memory Effect für die Haare. Ja, ansonsten. Oder dass Haare halt vielleicht nicht allzu sehr abstehen oder so. Keine Ahnung. Das ist ein Memory Effect für die Haare. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr darunter verstehen würdet. Aber so würde ich das verstehen. Ja, bis zu 220 Grad, ähm, Hitzeschutz. Dann hast du hier drin Keratin, Weizenprotein, Mikroprotein. Okay, zur Stärkung der Haarfaser. Ohne Silikone und ohne Mikroplastik, ohne Duftstoffe. Läuft, ne? Jo, auf jeden Fall was für die Haare mit dabei. Das kann man gut gebrauchen. Dann habe ich was von Banana Beauty. Hallöchen. Kajal Eye Pencil. Äh, Choosing Real Over Perfect. Okay. Ähm, Cheek, Cheeky Attitude. Hä? Ey, was habe ich hier für eine Farbe drin? Ah, ist das vielleicht so ein, ähm, Eierschalenton oder so? Zum, ja, zur Aufhellung der Wasserlinie kannst du das dann verwenden. Ja, das ist sowas. Sieht wirklich dann natürlicher aus. Und das finde ich eigentlich cool. Das kommt ins Coolface Beauty Box mit rein. Eigentlich bin ich kein Fan von Kajalstiften. Aber, wenn das solche Dinger sind, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, das zu verwenden. Weil ich kann sowas nicht auf meinem Auge verwenden, weil ich ein Schlupflid habe und dann stempelt das halt nach oben ab. Aber in der Wasserlinie, sowas Helles, finde ich cool, weil man dann halt, ähm, ja, das Auge optisch vergrößern könnte, theoretisch. Und das hier ist nicht so hart wie weiß. Ja, Coolface Beauty Box. Auf jeden Fall am Start. Dann habe ich hier noch eine Lippenpflege drin enthalten von B-Natural. B-SWOX Lip Balm mit Arzai. Haben wir öfters mal in Beauty Boxen drin enthalten. Und, äh, ja, soll super natürlich sein und super toll und so mit Bienenwachs halt. Bienenwachs ist an die Säpte. Bienenwachs macht es deine, ähm, Wunden schneller verschließen und so, ne. Ja, deswegen helfen uns die Bienen. Und immer dran denken, Leute, rettet die Bienen. Jetzt ist es noch ein bisschen kalt. Ab und an haben wir auch noch so richtig kalte Tage mit dabei. Okay, wenn ihr eine Biene seht, nicht mit der Zeitung draufhauen, tut's nicht. Die ist meistens geschwächt. Stellt ihr ein bisschen Zuckerwasser hin oder so oder nimmt die auf so ein Heftchen, tragt sie nach draußen, bringt sie irgendwo an eine Wasserstelle oder so. Weil meistens suchen die einfach nur nach Nahrung und Wasser. Oder bringt die irgendwo zu einer blühenden Blume, die bei euch auf dem Balkon ist oder die bei euch irgendwo im Garten ist. So halt, ne. Aber nicht irgendwie soll euch dadurch angegriffen fühlen. Denn die suchen jetzt einfach nur Futter. Und denen ist gerade rattengelt, weil das sind eher so Sommer- und Frühlingsgeschöpfe. Und jetzt gerade bei uns ins Neuengart, der ist noch ein bisschen frisch. Wenn ich jetzt hier eine Biene bei uns im Haus finde, dann ganz vorsichtig mit dem Glas und mit, ähm, hier, wie heißt das, mit einer Pappe, ne, nach draußen bringen. Bring ich die zum Teich oder bringe die zu unserem Mandelbäumchen oder so. Dass die da halt ein bisschen was zu futtern kriegt, ne. Denkt da auf jeden Fall dran. Wenn wir schon denen ihr Mop, äh, ihr Wachs, äh, Wachs, Wachs, Mopsen und ihren Honig für unser Tee, mh, ey. Dann sollten wir sie auch bitte anderweitig supporten. Das finde ich immer win-win und sehr freundlich. So, ich habe jetzt einmal geschaut. Ich glaube, da ist jetzt soweit nichts mit drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Produkte. Ja, kommt hin. Geile Sache. Also ich meine, gut, das ist die Birthday Edition, ne. Vielleicht hätte man sich gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr was Kloppermäßiges drin ist. Eine Lidschattenpalette oder, weiß ich nicht, irgendwie so ein Special Blush, ein Special Highlighter oder so. Das hätte ich schon sehr, sehr gefeiert, ne. Aber gut, trotzdem sind das jetzt, äh, gute Produkte. Vor allem, was ich hier so geil finde, das sind Produkte, die alle tragen können, theoretisch. Das ist nichts exorbitant krasses, dass du irgendwie einen grünen Nagellack oder so drin hast, wo drei Viertel der Abonnenten sagen würden, mh, nicht so unbedingt meine Farbe und Claudinchen Hurray schreit. Also, ne, deswegen, also ich finde, das sind halt wirklich gut ausgewählte Produkte, die dann auch, ähm, den meisten Leuten gefallen werden. Und deswegen finde ich das solide. Ähm, jo. Ich persönlich hätte mir nur irgendwas Knallermäßigeres gewünscht. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Ansonsten haben wir was an Pflege mit dabei. Weil wir haben relativ viel dekorative Kosmetik dabei. Wir haben Schmuck mit dabei. Also, schon cool, oder? Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Dann können wir uns gerne mal austauschen. Und, äh, ja. Das war's dann auch hier von mir und meinem Unboxing. Wenn's dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne. Einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.